Über 1500 Flugzeuge konnte der Flugzeughersteller, um den es heute gehen soll, mittlerweile ausliefern. Das ist ziemlich beachtlich und wenn man es ein bisschen lockerer nimmt, dann war das Ganze sogar mit nur einem einzigen Flugzeugtyp möglich. Klar in verschiedenen Varianten und Versionen und über einen langen Zeitraum, aber es war vom Ding her nur ein Flugzeug. Und wirklich interessant wird die Tatsache dadurch, dass es sich dabei nicht um Boeing oder Airbus handelt und auch nicht um Embraer oder Bombardier. Also nicht um einen der vier größten Flugzeughersteller der Welt. Und zwar konnte dieser Meilenstein jetzt erreicht werden durch ATR. Und um die Flugzeuge von ATR haben wir uns hier auf diesem Kanal ehrlich gesagt noch nie so wirklich gekümmert. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen nachholen und sprechen mal über diesen Flugzeughersteller und deren sehr erfolgreiches Flugzeug. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut und ihr schreibt schon immer ganz wild in die Kommentare, dass ihr unbedingt ja auch mal irgendwas hören möchtet über Flugzeuge von anderen Flugzeugherstellern, die eben nicht zu den vier größten Herstellern der Welt gehören. Und das kann ich auch sehr nachvollziehen. Und die kommen auch alle irgendwann dran, das ist versprochen. Aber ich denke mal mit ATR machen wir heute schon mal einen guten Anfang. Diesen eben genannten Meilenstein, den erreichte man bei ATR schon Ende Oktober. Ist ja aber auch erstmal egal. Interessant ist, man lieferte über 1500 Flugzeuge vom Typ ATR 42 bzw. ATR 72 aus. Aber was ist das überhaupt für ein Flugzeughersteller? Denn so ein wirklich eigenständiger Laden ist das ja nicht. Denn ATR, das Unternehmen ATR entstand durch den Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die den Wunsch hatten, ein gutes, gut funktionierendes, turbopropgetriebenes Regionalflugzeug zu bauen. Denn das, was es zu dieser Zeit rund um 1980 so an diesem Markt an Flugzeugen gab, das kam so wie fast alles zu dieser Zeit in der zivilen Luftfahrt vom amerikanischen Kontinent. Der Flugzeughersteller Deheville in Canada baute zu dieser Zeit eine DHC-6, besser bekannt unter dem Namen Twin Otter. War lange übrigens das erfolgreichste Flugzeugprojekt in Kanada. 1975 brachten die dann die DHC-7, ein 50-sitziges, turbopropgetriebenes Regionalflugzeug mit vier Triebwerken übrigens, um auch genug Kraft für Starts auf sehr kurzen Strecken zu haben. Und 1983 war es dann tatsächlich auch dieses Unternehmen, welches dann die DHC-8 brachte. Ein Flugzeug, das wir heute als Teil der Bombardier Q-Series kennen, beziehungsweise unter dem Namen Dash-8. Die hatte ihren Ursprung tatsächlich Anfang der 80er Jahre in Kanada. Ein sehr erfolgreiches Flugzeug. Das also nur mal so als kleiner Überblick. Von europäischer Seite aus gab es da nicht wirklich ein Konkurrenzprodukt. Zumindest nicht mit den für Regionalflugzeuge wirklich gut geeigneten Turboprop-Motoren. Und dann gab es ein französisches Unternehmen und ein italienisches Unternehmen. Diese beiden Firmen wollten das Ganze ändern. Genauso wie man ja auch schon ein paar Jahre zuvor mit Airbus, den heute zweitgrößten Flugzeughersteller der Welt, auf die Beine gestellt hatte. Das französische sowie auch das italienische Unternehmen werkelte zu dieser Zeit an je einem Regionalflugzeug, das sie da halt eben auf den Markt bringen wollten. 1981 entschieden dann beide Unternehmen, ihre Kräfte zu bündeln und sich zusammenzutun. Das sollte sich wenig später als ziemlich gute und richtige Entscheidung herausstellen. Die französische Seite des Unternehmens ATR, also ATR, ist aus dem ganzen Kram, aus diesem Zusammenschluss herausgekommen. Die französische Seite davon ist übrigens die gleiche Seite, die auch an der Concorde und am ersten Airbus, am Airbus A300 mitgewerkelt hat. Das durch den Zusammenschluss entstandene Unternehmen ATR, also der Flugzeughersteller, ist ein sogenanntes Joint Venture zwischen diesen beiden Unternehmen. Und der französische Teil, über den wir gerade gesprochen haben, der ist heute Teil der Airbus Group. Bedeutet, damit ist ziemlich genau die Hälfte von ATR quasi Airbus. Die italienische Seite von ATR ist ein riesiges in Italien sitzendes Unternehmen mit dem heutigen Namen Leonardo. Und das ist ein führendes Unternehmen in Italien im Bereich Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Das soll uns aber auch gar nicht weiter kümmern. Wichtig ist, was die beiden daraus gemacht haben. Die haben also ihre beiden Projekte, die sie eh schon hatten, zusammengeschmissen zu einem Projekt. Und was dabei rauskam, war Anfang der 80er Jahre die ATR 42. Übrigens, der Name ATR ist selbstverständlich eine Abkürzung, lässt sich genauso im Italienischen wie auch im Französischen verwenden. Aber bevor ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, habe ich mindestens 50 D-Abos oder einen Knoten in der Zunge. Deswegen schreibe ich euch das einfach mal unten rein, wie das richtig heißt. Ausgeschrieben. Aber gut, im November 1981 startete jetzt also ganz offiziell das Projekt ATR 42. Dabei baute die italienische Seite des Unternehmens alle möglichen Flugzeugteile bis auf die Tragflächen. Und das machen sie auch heute noch so. Die Tragflächen werden dann von einem, ja, hundertprozentigen Tochterunternehmen, der Airbus Group, gebaut. In Frankreich bedeutet, auch hier steckt wieder eine ganze Menge Airbus mit drin. Die Endmontage findet dann in Toulouse bei ATR selbst statt. Also auch hier wieder in direkter Nachbarschaft zum Flugzeughersteller Airbus. Und von dort aus, von Toulouse aus, werden die Maschinen dann auch ausgeliefert. 1984 feierte die ATR 42 dann ihren Erstflug. 1985 wurde die Maschine beim Erstkunden Air Littoral in Frankreich in Dienst gestellt. Das Flugzeug ist dabei fast 23 Meter lang und auch ungefähr genauso breit und bietet Platz für knapp 50 Passagiere, kann mit denen dann 1150 Kilometer weit fliegen. Ja, zu erkennen sind die alten ATRs an ihren vierblättrigen Propellern. Und jetzt denkt man sich vielleicht 50 Passagiere und dann kann das Ding gerade mal so 1150 Kilometer weit fliegen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig üppig und beeindruckend. Aber man muss natürlich bedenken, dass das Flugzeug genau dafür gebaut wurde. Die Maschine wiegt beim Start gerade mal knapp 16 Tonnen, ist damit extrem leicht. Und die zwei Turboprop-Triebwerke mit knapp 2100 PS von Pratt & Whitney aus den USA, die sorgen dafür, dass das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 500 Stundenkilometern auf ihren bis zu 1150 Kilometer langen Strecken nicht einmal 1,8 Liter Kerosin pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern verbraucht. Und das ist wahnsinnig effizient und man muss daran denken, wir befinden uns am Anfang der 1980er Jahre. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in den letzten Videos immer mal wieder über bestimmte Verbräuche von gewissen Flugzeugtypen gesprochen haben, gerade als es um die 787 und den A350 ging. Und da konnte man daraus erkennen, dass bei Mittel- und Langstreckenflugzeugen es heute gerade mal möglich ist, mit sehr modernen Maschinen unter die 3 Liter Kerosinverbrauch pro 100 Kilometer pro Passagier zu kommen. Auf der Kurzstrecke war und ist das zwar immer eine ganze Ecke weniger, aber das, was die ATR 42 da Anfang bzw. Mitte der 80er Jahre hingekriegt hat mit den unter 1,8 Litern, das ist schon ziemlich beeindruckend und galt schon da als höchsteffizient. Ich habe es aber eben schon mal angedeutet, die ATR ist auf den für sie gebauten Strecken, nee, andersrum, auf den Strecken, für die sie gebaut wurde, mit etwas mehr als 500 Stundenkilometer natürlich vergleichsweise langsam. Da kann man auch schneller fliegen, aber wenn es um Effizienz geht, dann gibt es wenig effizientere Möglichkeiten als ein Turboprop-getriebenes Flugzeug. Ab 1995 lieferte ATR dann die nochmals überarbeitete Version der ATR 42, das war dann die ATR 42 500, die eben daran zu erkennen ist, dass sie kein 4-Blatt-Propeller hat, sondern ein 6-Blatt-Propeller. Das sorgt hier nochmal für eine Ecke mehr Effizienz, aber das Ding ist vor allem deutlich leiser als der vorherige Typ. Und dann, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ihr kennt das vielleicht, das sogenannte Active Noise Cancelling von hochwertigen Kopfhörern von Bose oder von irgendwelchen anderen Firmen. Da ist es ja so, dass ein Mikrofon am Kopfhörer die Umgebungsgeräusche für euch aufnimmt und dann euch in Echtzeit quasi entgegengesetzte Schallwellen ins Ohr haucht, so dass ihr dann gar nichts mehr bzw. deutlich weniger hört. Und das kann vor allem gleichmäßige Geräusche wirklich gut dämpfen. Und genau dieses Active Noise Cancelling System, das gibt es in der Flugzeugkabine der ATR. Sowas nennt sich dann umgangssprachlich Antischall, der da produziert wird. Also die ATR-Flugzeuge können tatsächlich genau das gleiche wie diese Kopfhörer. Es gibt in der Flugzeugkabine ein Active Noise Cancelling. Das Flugzeug sorgt so dafür, dass die Propellergeräusche für die Passagiere innen drin nicht so laut hörbar sind, wie sie es eigentlich wären und das erhöht selbstverständlich den Komfort. Und mittlerweile ist glaube ich unschwer zu erkennen, dass das ein wirklich gut durchdachtes Flugzeug ist. Und ja, so interessant andere Regionalflugzeuge wie zum Beispiel der Jumbolino mit vier Strahltriebwerken ja auch sein mögen. Das sind nun mal Flugzeuge, die mit Jetantrieb nur etwas bessere Leistungswerte erzielen können, gleichzeitig aber deutlich mehr Kerosin verbrauchen. Und deswegen war der Flieger auch recht schnell wieder weg vom Fenster und nicht ganz so erfolgreich, wie das, was ATR da mit der ATR 42 geschafft hat. Die baut man heute immer noch und das Flugzeug konnte man bis jetzt über 450 Mal ausliefern. Und das ist schon mal eine gute Sache für ein Regionalflugzeug. Die Maschine fliegt mittlerweile übrigens auch in verschiedensten Militärversionen und teilweise sogar als Frachter. Also wenn man diesen Geschwindigkeitsnachteil, den ich eben meinte, den Geschwindigkeitsnachteil zu jetgetriebenen Flugzeugen, wenn man den akzeptieren kann, dann kann so eine ATR, so eine Turboprop-Maschine in einer Flotte schon wahnsinnig gut und vor allem sehr, sehr effizient funktionieren. Benötigt man dann aber etwas mehr Platz, bekommt man diesen in Form der ATR 72. Das ist schlicht und einfach die gestreckte Version der ATR 42. Knapp viereinhalb Meter ist die länger und das Flugzeug wurde angekündigt im Jahr 1985, also im Jahre der Indienststellung der ATR 42. Und das Flugzeug konnte dann mit zwei fast 3000 PS starken Turboprop-Triebwerken auch von Pratt & Whitney bis zu 1500 Kilometer weit fliegen, mit 75 Passagieren an Bord. Heute wird diese Maschine selbstverständlich noch immer produziert und in der aktuell modernsten Variante als ATR 72-600 gibt es sie seit 2011 bei den Fluggesellschaften. Vielleicht nochmal ein ganz interessanter Fakt. Eine ATR hat zumindest in der Standardausstattung keine Hilfsturbine, kein Hilfstriebwerk, keine Auxiliary Power Unit bzw. APU. Stattdessen lässt sich aber die Propellerwelle, also der für uns quasi von außen sichtbare Teil des rechten Triebwerkes der ATR bis zum Stillstand abbremsen, während der innere Teil des Motors, also die eigentliche Turbine, weiterläuft und somit das Flugzeug am Boden versorgen kann. 2012 konnte man so bereits die 1000. ATR ausliefern und jetzt im Oktober 2018 war es dann soweit, dass man die 1500. ATR ausliefern konnte und das war eine ATR 72-600 und diese spezielle Maschine ging an Japan Air Commuter. In Zukunft wird sich der Flugzeughersteller ATR vor allem auf den fernen Osten konzentrieren, denn dort sieht man ein wahnsinnig großes Potenzial für Regionalflugzeuge. Ob man dafür nochmal eine neue überarbeitete Version, vielleicht sogar komplett neue Version eines ATR-Flugzeuges bringen wird, das ist nicht ganz klar bzw. vielleicht lässt man sich auch einfach noch ein bisschen Zeit und bringt eine Art Hybrid-Variante, dann mit unschlagbarer Effizienz, mit vielleicht halb Elektromotoren oder wie auch immer, das was an Regionalflugzeugen in den nächsten 20, 30 Jahren auf uns zukommen wird, das ist aber auf jeden Fall ziemlich spannend. Man denke da nun mal an das, was EasyJet mit Regionalflugzeugen vorhat. Also wir dürfen da glaube ich ziemlich gespannt sein und damit soll es das dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es waren ein paar interessante Informationen dabei und jetzt haben wir auch mal über einen etwas anderen Flugzeughersteller gesprochen, über den wir nicht so häufig sprechen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den ATR-Flugzeugen. Bis morgen und tschüss.